Du hast deinen Schulabschluss in der Tasche und bist jetzt auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz, der dich nicht nur auf die Berufswelt, sondern auch auf das Leben vorbereitet? Dann bist du bei uns genau richtig! Denn unsere Ausbildung zur Bankkauffrau bzw. zum Bankkaufmann gibt dir nicht nur die Eintrittskarte in die ganz große Finanzwelt, sondern macht dich auch zu einem echten Experten in Sachen Geldangelegenheiten. Isabel, du bist ja hier unsere Karriereexpertin in der Sparkasse Langenseeligenstadt. Wie ist das denn jetzt mit unserer Ausbildung? Ist das nur was für Matheasse und Zahlenmenschen? Nein, auf keinen Fall. Also die Ausbildung ist viel mehr als nur Rechnen. Natürlich sollte man auch mit Zahlen umgehen können, aber es ist viel wichtiger, dass man Spaß am Umgang mit Menschen hat, dass man freundlich ist, offen, Teamwork, aber auch natürlich die selbstständige Arbeit schätzt. Und wenn man sich dann noch für Wirtschafts- und Finanzthemen interessiert, umso besser. Klingt ja schon mal ganz gut. Wir zwei haben ja auch vor ein paar Jahren schon mal die Ausbildung gemacht. Also wir kennen das auch und können dem auch quasi zustimmen, würde ich jetzt mal sagen. Und wie ist das? Welche Voraussetzungen brauchen die Auszubildenden noch? Also man braucht oder es reicht sozusagen einen Realschulabschluss mit einem Schnitt von circa 2,5. Wenn es besser ist, umso besser. Und wenn das schlechte ist, auch gerne einfach bewerben, einfach sich trauen. Und wir haben aber auch ganz, ganz viele Abiturienten, die sich jedes Jahr bei uns bewerben und auch bei uns die Ausbildung anfangen. Und da ist so ein kleiner Reiz, dass man auch bei uns später anfangen kann zu studieren nebenbei. Aber dazu mehr im nächsten Video. Klingt auf jeden Fall machbar. Also bewerbt euch auf jeden Fall. Traut euch. Und jetzt noch mal in drei kurzen Punkten. Was kann man denn an der Ausbildung bei uns erwarten? Euch erwartet eine zweieinhalbjährige Ausbildung, die sehr abwechslungsreich ist dadurch, dass ihr Zwischenabteilungen wechselt, aber auch Regionalzentren und Geschäftsstellen und natürlich auch die Berufsschule. Und was ich sehr, sehr interessant fand und auch für mich sehr wichtig, ist die Ausbildungsvergütung. Die Ausbildung zum Bankkaufmann, zur Bankkauffrau gehört zu einer der bestbezahltesten Ausbildung in Deutschland. Also wenn wir euer Interesse wecken können, bewirbt euch gerne bei uns unter sns-direkt.de slash Karriere.